In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Essay des Publizisten und Bibliothekswissenschaftlers Uwe Jochum. Sein Thema? Wissenschaft im Kartell. In den letzten Jahren haben die großen Themen des Klimawandels und der Corona-Pandemie uns allen vor Augen geführt, dass die Wissenschaft keineswegs nur der Wahrheit verpflichtet ist. Die aufgedeckten internen Kommunikationen diverser Behörden und Wissenschaftsgremien nicht nur hierzulande haben enthüllt, dass die Wissenschaft ein Spielball ökonomischer und politischer Interessen ist, garniert mit und befeuert von den Eitelkeiten der beteiligten Wissenschaftler. Viel zu oft waren sie bereit, auf Wunsch der Politik hin etwas als wissenschaftlich zu legitimieren, von dem sie wussten, dass es mit Wissenschaft und Wahrheit nicht das Geringste zu tun hat. Wer die gegenwärtige Lage daher auf den Begriff bringen und sachlich höflich bleiben will, tut gut daran, Wörter wie Klimakrise oder Corona-Pandemie mit dem Zusatz vermeintlich zu versehen. Natürlich ist das eine Lage, die man sich gerne anders wünscht, auch als Wissenschaftler. Man hört daher bisweilen die Forderung, die Wissenschaft möge doch bitteschön zu dem zurückkehren, was sie einmal war und in Zukunft auch wieder sein sollte. Eine der Wahrheit und dem Wohl der Menschheit verpflichtete Wissenschaft. Dabei wird freilich ausgeblendet, dass die moderne Wissenschaft seit ihrem Umbau zu einem staatlich-bürokratischen Wissenschaftssystem weder der reinen Wahrheit noch dem reinen Menschheitswohl verpflichtet war und ist. Sie war und ist vielmehr stets abhängig vom Staat und seinen Zielen. Und zwar auch dann, wenn der Staat sie gewähren ließ und sich nicht direkt in die Forschung mischte. Dann war es eben eine vom Staat gewährte Wissenschaftsfreiheit. Niemals aber war es eine Freiheit aus eigener Kraft, die organisatorisch und personell in der Lage gewesen wäre, sich im Konfliktfall gegen den Staat zu stellen. Warum das so war und bis heute ist, wollen wir im Folgenden untersuchen. Wir wollen schauen, wann die Wissenschaft zu einem Betrieb umgebaut wurde, der sich nach außen hin viel auf die Wissenschaftsfreiheit zugute hielt und hält, nach innen hin aber zunehmend politischen Zielsetzungen unterworfen wurde. Wir beginnen unsere Suche nach dem Anfang des modernen Wissenschaftsbetriebs in jenem Preußen, das im Oktober 1806 nach der Schlacht von Jena und Auerstedt faktisch zusammengebrochen war. Was folgte, waren die steinhardenbergischen Reformen, die auf vielen Feldern eine Neuaufrichtung und Neuausrichtung Preußens in Angriff nahmen, unter anderem auch auf dem Feld der Bildungspolitik. In diesem Kontext gehören die Denkschriften und Berichte Wilhelm von Humboldts, der sich im preußischen Innenministerium an verantwortlicher Stelle mit der Gründung einer Universität in Berlin befasste. Die 1809 tatsächlich gegründet wurde und 1810 ihren Betrieb aufnahm. Humboldt hatte seinen Antrag auf Errichtung einer Universität dem König gegenüber damit begründet, dass die deutsche Wissenschaft und nicht allein die preußische angesichts der Verheerungen des Napoleonischen Krieges und der Bedrückung durch die französische Fremdherrschaft eine Freistadt benötige, um durch die Förderung von Bildung und Aufklärung ein Wiederaufblühen des Staates zu ermöglichen. Preußen also sollte diese Freistadt gewähren und ihr Berlin als Ort zuweisen. Das Leitbild der Humboldtschen Universitätsidee bestand darin, dass der Staat nun zwar für die Universität als Wissenschaftsinstitution aufzukommen, sich aber nicht in sie einzumischen habe, denn jede staatliche Einmischung verderbe die Wissenschaft. Während nämlich der Staat vor der Aufgabe stehe, der Gesellschaft die Formen und Mittel zu geben, um sich selbst zu erhalten, folge die Wissenschaft einem ganz anderen Prinzip. In der Wissenschaft gehe es nicht um etwas Abgemachtes und Fixiertes, sondern darum, Wissenschaft als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten, wie Humboldt formulierte. Anders gesagt, während der Staat nur durch seine festen Formen Staat sein könne, müsse in der Wissenschaft alles in Fluss bleiben, wenn die Wissenschaft nicht, wie Humboldt meinte, unwiederbringlich und auf ewig verloren gehen sollte. Es waren diese Pläne und Überlegungen Humboldts, die nicht nur in Preußen und Deutschland Epoche gemacht haben. Mit ihnen gab Humboldt den Universitäten den für ihr Selbstverständnis bis heute zentralen Impuls mit, dass sie zwar eine Veranstaltung des Staates seien, aber inhaltlich frei agieren und forschen könnten. Man muss diesen Impuls in der Tat ernst nehmen, und zwar nicht nur, weil er für das Selbstverständnis der Wissenschaftler bis heute so entscheidend wurde, dass man sich immer wieder darauf bezog, sondern auch deshalb, weil er in der realen Politik und Gesetzgebung seinen Niederschlag fand. Dass nämlich die Schulen und Universitäten eine Veranstaltung des Staates seien, hatte das preußische Landrecht bereits 1794 bündig festgehalten. Dass Forschung und Lehre aber frei seien, hatten die Revolutionäre 1848 gefordert und hatte Preußen 1850 auch so in seine Verfassung geschrieben. Bald nach der epochemachenden Berliner Gründung gerieten die Universitäten in den Sog des Positivismus, mit dem ein neuer Typus von Wissenschaftlern die Bühne betrat. Ihm war nicht mehr die Philosophie die höchste der Wissenschaften, ja die Wissenschaft schlechthin, die das insgesamt der Erfahrung und des Wissens geistig durchdringen und zu einem System ordnen wollte. Vielmehr ging es jetzt darum, das wissenschaftliche Denken und Tun auf die Erfahrung einer unmittelbar gegebenen Wirklichkeit zu gründen und die Daten zu erheben, die in diesem weiten Raum der Wirklichkeit zu finden waren. Für die Geisteswissenschaften hieß das, die Quellen der Überlieferung zu sammeln und editorisch aufzuarbeiten, wie es etwa die Gebrüder Krim mit den Kinder- und Hausmärchentaten oder mit dem von ihnen begonnenen deutschen Wörterbuch. Zu denken wäre aber natürlich auch an das Projekt der Monumenta Germaniae Historica, das alle Quellen zur deutschen Geschichte zusammenzutragen und herauszugeben begann. Und in den Naturwissenschaften hieß das, auf empirische Verfahren zu bauen, mit denen man die Bestandselemente der Natur im Experiment zu stellen und womöglich technisch zu reproduzieren versuchte, um aus der Reproduktion natürlicher Vorgänge unmittelbar praktische Nutzanwendungen zu gewinnen. Die Naturwissenschaften legten damit den Grund für die Industriekultur, die dank der Elektrizität uns Glühbirnen und Elektromotoren bescherte und dank der Erforschung der chemischen Elemente zur Entdeckung von Farbstoffen, Lüngemitteln und Sprengstoffen führte. Für diese neue Art von Forschung genügte es nicht mehr, wenn der Wissenschaftler zu Hause in seinem privaten Arbeitskabinett saß, um sich als Geisteswissenschaftler über mittelalterliche Quellen oder als Naturwissenschaftler über einen komplizierten Apparat zu beugen. Die Fülle des Empirischen, für das man sich immer mehr zu interessieren begann, brachte vielmehr die Notwendigkeit mit sich, dass man sich in den Geistes- und den Naturwissenschaften mit anderen Forschern zusammentun musste, um die immer komplexer werdenden Gegenstandsbereiche überhaupt noch bearbeiten zu können. Und dazu wiederum genügte es nicht mehr, eine Privatbibliothek oder ein Privatlabor zu unterhalten, jetzt brauchte es Forschungsbibliotheken und Laborgebäude, in denen die über Tage sich hinziehenden Experimente von einem Stab von Mitarbeitern überwacht werden konnten. In der Wirklichkeit der Universitäten schlugen sich diese neuen Anforderungen darin nieder, dass man für die Geisteswissenschaften Seminare einrichtete, an denen geforscht und gelehrt wurde und an denen die Seminarbibliothek die benötigten Quellentexte und die Sekundärliteratur bereitstellte. Und für die Naturwissenschaften richtete man Institute ein, in denen die Experimentalapparate untergebracht und die Fachzeitschriften jederzeit rasch eingesehen werden konnten. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war nicht mehr zu übersehen, dass diese Entwicklung in den Wissenschaften das Humboldtsche Universitätsideal ausgehebelt hatte. Wo Humboldt auf den individuellen Forscher gesetzt hatte, der in Einsamkeit und Freiheit Wissenschaft zum Zwecke der geistigen und sittlichen Bildung betrieb, trat jetzt eine sich immer weiter vernetzende, weil kooperativ arbeitende Wissenschaft auf und diese nahm immer mehr industrielle Züge an und wurde mit zunehmender Apparateorientierung und aufgrund der benötigten großen Bibliotheken immer teurer. Das hatte für das universitäre Wissenschaftssystem zwei Konsequenzen. Erstens bildete sich auf der Ebene der Universitätsseminare und Institute eine betriebsförmige Struktur mit straffer hierarchischer Organisation aus. Das Vorbild dieser Organisationsform machte der große Historiker Theodor Mommsen öffentlich, als er vom Prinzip der fabrikmäßigen Arbeitsteilung sprach. Konkret hieß das, dass an der Spitze der Universitätsseminare oder Institute ein professoraler Direktor stand, der alleine über die Forschungsziele und den Mittel- und Personaleinsatz entschied und damit auch darüber, welche Assistenten über welche Themen forschen und sich dank ihrer Mitarbeit akademisch qualifizieren durften. Mommsen, der als weltberühmter Professor auf diese Struktur von oben herab sah, erkannte darin eine Assoziation der Arbeit und ein schönes Treueverhältnis. Und ein moderner Interpret dieser Verhältnisse hat dafür das Wort von der persönlichkeitsorientierten Forschungsorganisation gefunden. Das galt freilich nur für die Seminare und Institute. Eine Ebene darüber sollten die nationalen Wissenschaftsakademien die Arbeit an den Seminaren und Instituten koordinieren und diese wiederum auf internationaler Ebene mit den Wissenschaftsakademien der anderen Länder abstimmen. Man dachte sich das so, dass dieser internationale Verbund von Wissenschaftsakademien Kartelle bilden würde, die der Bearbeitung internationaler Wissenschaftsprojekte dienen sollten. Dieses Kartellsystem der Wissenschaft funktionierte also von oben nach unten. Ganz oben auf der Ebene der internationalen Wissenschaftskartelle sollten die Großprojekte definiert werden, die nach unten an die nationalen Wissenschaftsakademien weitergereicht wurden, die wiederum diese Projekte den wissenschaftlichen Seminaren und Instituten zur Bearbeitung übergaben. Der Erste Weltkrieg durchkreuzte diese Pläne. Das internationale Wissenschaftssystem schrumpfte auf nationale Dimensionen und entsprechend raten an die Stelle internationaler Wissenschaftskartelle jetzt nationale Kartelle. Die Herausbildung speziell des deutschen Wissenschaftskartells hängt aufs engste mit der zweiten Konsequenz zusammen, die sich aus dem Aufbau eines fabrikmäßig betriebenen Wissenschaftssystems ergab, nämlich dem zunehmenden Einfluss wissenschaftsexterner Interessen auf die Wissenschaft. Diese Zunahme externer Einflüsse hatte einen einfachen Grund. Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nicht mehr zu übersehende und nicht mehr zu stoppende Expansion des Wissenschaftssystems musste von Universitäten bewältigt werden, deren staatliche Finanzierung sich als problematisch erwies. Die niedrigen Steuern in Preußen und in anderen deutschen Staaten erlaubten nicht, das expansive Wissenschaftssystem durch eine damit schritthaltende, expansive, steuerbasierte Universitätsfinanzierung zu stützen. Die staatlichen Kassen gaben das nicht her und damals war die mentale Grundstimmung noch nicht vorhanden, die Lösung aller Finanzprobleme von einer Steuererhöhung zu erwarten. Man musste als Staat vielmehr mit dem auskommen, was man hatte, oder man musste einen anderen Finanzierungsweg finden und den fand man. Die Lösung hieß, einsammeln von Spenden und Aufbau eines mezenatischen Finanzierungssystems für die Wissenschaft. Das Einsammeln von Spenden hatte Friedrich Althoff sehr erfolgreich aus eigener Macht betrieben. Althoff, der im preußischen Ministerium der Geistlichen Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, also dem preußischen Kultusministerium, als Ministerialdirektor von 1882 bis zu seinem Tod im Jahre 1908 der starke Mann der Wissenschaftspolitik war, ließ sich gerne nachsagen, es sei ihm gleichgültig, wer unter ihm als Kultusminister amtiere. Und in dieser Machtvollkommenheit setzte er die Idee um, dank seiner gesellschaftlichen Kontakte und seines ausgezeichneten Verhältnisses zu Kaiser Wilhelm II. ansehnliche Spendengelder für die Wissenschaft nicht nur einzuwerben, sondern diese Gelder auch nach Gutdünken an den Kassen des Ministeriums vorbei, für einzelne begabte Forscher oder interessante Institute zu verwenden. Dass er dabei eine mehr als glückliche Hand und gute Berater hatte und nicht in den damals schon sich bemerkbar machenden Nepotismus investierte, zeigt die lange Kette von bis heute weltberühmten Wissenschaftlern, deren Berufung er begleitete und manchmal auch gegen die Fakultäten durchsetzte. Ich nenne hier nur die Berufung Ferdinand Sauerbruchs nach Marburg, die Berufungen von Max Planck, Robert Koch und Paul Ehrlich nach Berlin und die Berufung des Altphilologen Ulrich von Wilhelmowitz Möllendorf zunächst nach Göttingen und dann nach Berlin. Ein fallweises Einsammeln von Spenden war natürlich nicht die probate Lösung der universitären Finanzprobleme. Und so befasste sich Altthof auch mit dem Aufbau eines mazenatischen Finanzierungssystems für die preußische Wissenschaft, eines Systems, das allerdings erst nach seinem Tod realisiert werden konnte. Die tragende Idee dabei war, den Staat, die Wissenschaft und die Industrie samt Hochfinanz und Adel in eine Win-Win-Win-Situation zu bringen. Erstens konnten die vermögenden Kreise aus Industrie, Finanzwelt und Adel, die einen Teil der Wissenschaftsfinanzierung übernehmen sollten, im Gegenzug darauf hoffen, dass die von ihnen geförderte Wissenschaft den Nutzen für die Mäzene nicht aus den Augen verlieren werde. Zweitens bekam die Wissenschaft endlich das zusätzlich benötigte Geld, das sie für ihren Expansionskurs so dringend benötigte. Und drittens musste der Staat keine Schulden machen und keine Steuern erhöhen, um das expandierende Wissenschaftssystem zu finanzieren. Umgesetzt wurde diese mezenatische Wissenschaftsfinanzierung im Jahre 1911 mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., abgekürzt KWG. Die prospektiven Vereinsmitglieder, die man persönlich angesprochen hatte, mussten eine Einmalzahlung von 20.000 Mark und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 2.000 Mark entrichten. Was diese Summen in heutiger Euro-Währung bedeuten würden, lässt sich nicht so einfach sagen. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Jahreslohn eines Schusters um das Jahr 1900 bei 700 Mark lag, der Jahreslohn eines Lehrers bei 1.500 bis 2.000 Mark und der eines Professors je nach Ruhm zwischen 3.000 und 6.000 Mark, dann darf man feststellen, von den Mitgliedern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurden große Summen erwartet, die als Mindestsummen gedacht waren, die jederzeit durch höhere freiwillige Zahlungen übertroffen werden konnten. Einen direkten Geldwertenvorteil hatten die mezenatischen Vereinsmitglieder durch ihre Spenden natürlich nicht. Ihr Lohn war vielmehr ein Immaterieller. Die 83 Gründungsmitglieder des Vereins, allesamt der Hochfinanz, der Industrie, dem Adel und der hohen Beamtenschaft entstammend, wurden in einer gedruckten Mitgliederliste öffentlich genannt und damit geehrt und durften sich als Angehörige eines Vereins betrachten, dessen Schirmherrschaft der Kaiser persönlich übernommen hatte. Das war im hierarchisch und meritokratisch orientierten Preußen allerdings ein Wert für sich. Der Lohn der mezenatischen Tat stellte sich rasch ein. Schon ein Jahr nach der Vereinsgründung wurden die ersten beiden sogenannten Kaiser-Wilhelm-Institute gegründet. Ihnen folgten bis in die 1920er Jahre hinein 26 weitere Institute, die von der KWG entweder vollständig oder anteilig finanziert wurden. Im Falle der anteiligen Finanzierung kamen die übrigen Gelder entweder vom Staat aus Steuermitteln oder von der Industrie, die bisweilen wie im Falle des schlesischen Kohlenforschungsinstituts ein Kaiser-Wilhelm-Institut vollständig finanzierte. An diesen Instituten fanden die Forscher einen Freiraum, ohne universitäre Lehrverpflichtungen und ohne administrative Aufgaben. Und dass das ein fruchtbarer Boden war, mag man daran ablesen, dass vier Jahre nach der Gründung der KWG ein Wissenschaftler, der an einem der KWG-finanzierten Institute arbeitete, einen Nobelpreis bekam. Es war der Nobelpreis für Chemie, der 1915 an Richard Wildstätter ging. 1918 folgten Max Planck und Fritz Haber und nach ihnen noch viele weitere Mitarbeiter von Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Klar war aber auch, dass dieser fruchtbare Boden nicht ganz ohne Absichten bereitgestellt wurde. Denn die Tatsache, dass von den damals 28 Kaiser-Wilhelm-Instituten 26 Institute auf naturwissenschaftlichen und nur zwei auf geisteswissenschaftlichem Gebiet arbeiteten, zeigt zusammen mit der Tatsache, dass es vollständig industriefinanzierte Kaiser-Wilhelm-Institute gab, dass man bei der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft den Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlicher Forschung, technischer Anwendung und damit Verwertbarkeit der Forschung im Blick hatte. Auch wenn die in der KWG aktiven Mäzene nicht unmittelbar von ihren guten Taten profitierten, darf man doch annehmen, dass sie davon ausgingen, dass Preußen und Deutschland insgesamt und dass den von ihnen geleiteten Unternehmen diese Forschung langfristig zugutekommen würde. Fragt man nun, wie die Förderpolitik der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gesteuert wurde, muss man sich klar machen, dass die Verausgabung der Mittel der KWG der öffentlichen Kontrolle entzogen war. Als Verein war die KWG nur den privaten Vereinsmitgliedern rechenschaftspflichtig. Nun ist zwar in jedem Verein die Mitgliederversammlung das vereinsrechtlich maßgebliche Gremium, aber wie bei jedem Verein lag auch im Falle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft das operative Tagesgeschäft in der Hand des Vereinsvorsitzenden, der in der KWG den Titel eines Präsidenten trug. Und der Vereinspräsident führte seine Geschäfte, indem er sich in Fragen der Institutsneugründung oder der Bestellung von Institutsleitern auf ein informelles Netzwerk von Honoratioren und Wissenschaftlern stützte. Mit anderen Worten, die Ausrichtung der Forschungspolitik, die von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft betrieben und finanziert wurde, war Vereinssache und innerhalb des Vereins als Sache der informellen Netzwerke, deren Fäden in der Hand des Vereinspräsidenten zusammenliefen. Er gebot über ein nationales Forschungskartell, dem sich kein Wissenschaftler entziehen konnte, wenn er denn große Karriereambitionen bis hin zum Nobelpreis hatte. Dass die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Verein konstruiert war, hatte nun freilich einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil lag darin, dass die Finanzen und die Ausgestaltung der Fördermaßnahmen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sowohl dem Zugriff des Staates als auch dem Zugriff der Mäzene entzogen waren. Und zwar aus gutem Grund, wie ein Brief deutlich macht, den Adolf von Harnack, der spätere erste Präsident der KWG, unmittelbar vor der Vereinsgründung an den preußischen Kultusminister Trott zu Solz geschrieben hatte. In dem Brief führte Harnack aus, dass es darum gehen müsse, die, ich zitiere, Gefahr der Abhängigkeit der Wissenschaft von Clique und Kapital, so weit das Zitat, zu vermeiden. Dass die KWG als Verein konstituiert wurde, war also der praktische Versuch, wissenschaftsfremde Interessen von Seiten des Staates und der Industrie abzuwehren. Der Nachteil dieser Konstruktion lag darin, dass die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft davon abhing, dass an ihren Schaltstellen honorige und unabhängige Wissenschaftler saßen, die weder mit dem Staat noch mit der Industrie oder der Hochfinanz gemeinsame Sache machten, sondern beide auf Distanz zum Verein hielten. Das war so lange kein Problem, als sich die Seite der privaten und staatlichen Geldgeber an die Spielregeln hielt und sich aus den internen Belangen des Vereins und damit der konkreten Ausgestaltung der Forschungsforderung weitgehend heraushielt. Kurzum, solange sich insbesondere der Staat als neutraler Vermittler gesellschaftlicher Interessen verstand. Sobald aber die finanzierende Seite übergriffig wurde und sich daran machte, eher volksames Personal in der KWG zu installieren, wurde es leicht, die Gesellschaft von innen her zu drehen und über die Abhängigkeit der Personen die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in die Abhängigkeit des Staates und seiner Interessen zu bringen. Diese Situation sollte sich ab dem Jahr 1933 einstellen. Die KWG war freilich schon vor 1933 erheblich geschwächt worden. Im Ersten Weltkrieg sorgte die schleichende Kriegsinflation und nach dem Krieg sorgte die Hyperinflation der Jahre 1922 und 1923 dafür, dass das Vereinsvermögen rapide dahinschmolz und auch die privaten Vermögen derer, die bisher als Mäzäne tätig waren, drastisch beschnitten wurden. In dieser Lage griff man zu der für Deutschland typischen Lösung und finanzierte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft jetzt eben überwiegend aus der Staatskasse. Damit war aber das leitende Prinzip der Vereinsgründung, nämlich die Wahrung der Äquidistanz zu Industrie und Staat, aufgehoben. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war finanziell in völlige Abhängigkeit vom Staat geraten. In dieser Situation trat 1920 mit der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft ein neuer Akteur auf den Plan. Anders als die KWG, die sich als unpolitische und unbürokratische Spenden, Sammel- und Verteilmaschine verstanden hatte, spielte die Notgemeinschaft angesichts neuer politischer Gegebenheiten nach dem Ende des Kaiserreichs von Anfang an ein erheblich politischeres Spiel. Sie sollte die Interessen aller deutschen Hochschulen und Akademien und die Interessen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bündeln, um durch diese Bündelung die Erhaltung des Wissenschaftsbetriebes in seiner ganzen Breite zu gewährleisten. So hatte es der Chemiker, Nobelpreisträger, Kampfgaserfinder und Notgemeinschaft mit Initiator Fritz Haber in einer Reichstagsrede am 23. November 1920 formuliert. Die Notgemeinschaft spielte also von vorne herein auf dem nationalen Parkett und lockte damit, dass die von ihr unternommene Interessenbündelung ein Versicherungsbeitrag für die Existenz unserer Wirtschaft in der Zukunft sei, wie Fritz Haber im Reichstag sagte. Also wurden auch hier die Interessen der Wissenschaft mit den Interessen der Wirtschaft kurzgeschlossen. Organisatorisch übernahm die Notgemeinschaft nun zwar von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft das Vereinsprinzip, um wie die KWG möglichst unbürokratisch über die Finanzierung und Verausgabung der Mittel entscheiden zu können. Aber anders als die KWG stützte sich die Notgemeinschaft zur Finanzierung ihrer Vorhaben nicht mehr auf private Mäzene, vielmehr erhielt sie den Löwenanteil ihrer Fördermittel über das Reichsinnenministerium, dessen Aufsicht sie auch unterstand. Damit war die strukturelle Unabhängigkeit vom Staat, die für die KWG lange Zeit kennzeichnend gewesen war, im Falle der Notgemeinschaft von Beginn an kassiert. Die Notgemeinschaft war als Verein ein direktes Anhängsel des Reichsinnenministeriums, das über die Gremien der Notgemeinschaft Wissenschaftsstrukturen schaffen und Gelder verausgaben konnte, ohne dafür dem Parlament gegenüber verantwortlich zu sein. Mit anderen Worten, dank der Notgemeinschaft konnte der Staat Wissenschaftspolitik nun endgültig als reine Vereinspolitik betreiben, ohne dass man ihm dabei in die Karten schauen konnte. Und der Staat begriff schnell, was er an der Notgemeinschaft hatte. Zunächst zog er die Zügel an. Als man 1929 die Notgemeinschaft umtaufte in Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung, kurz Forschungsgemeinschaft, da gab man dem unbenannten Verein auch gleich eine neue Geschäftsordnung. Das Reichsinnenministerium erhielt das Recht zur Rechnungskontrolle und ein Einspruchsrecht gegen die Mittelverwendung. Hinzu kam, dass die Forschungsgemeinschaft durch Friedrich Schmidt-Ott geleitet wurde, einem ehemaligen Mitarbeiter Friedrich Althofs. Schmidt-Ott war mit allen Wassern der Forschungspolitik gewaschen und stand nicht an, die Forschungsgemeinschaft nach dem Führerprinzip zu leiten, lange bevor man auch sonst überall auf ein Führerprinzip setzte. Man kann das strukturell so sehen, dass die Rolle des deutschen Forschungspapstes, die bisher vom Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gespielt worden war, spätestens jetzt auf den Präsidenten der Forschungsgemeinschaft überging. Worauf das hinauslief, zeigte eine Denkschrift, die Fritz Haber 1925 an den Reichstag gerichtet hatte. Darin schrieb er, dass der damals noch Notgemeinschaft, bald aber Forschungsgemeinschaft heißende Verein sich um Forschungsförderung im, ich zitiere, Bereiche der nationalen Wirtschaft der Volksgesundheit und des Volkswohles zu kümmern hatte. Das waren natürlich semantische Platzhalter, hinter denen sich alles Mögliche verstecken ließ, was man konkret an Forschung gefördert haben wollte. Und konkret ging es um die Förderung von Projekten auf naturwissenschaftlich-technischen Forschungsgebieten, die mehrheitlich einen starken Einschlag in anwendbare Industrieforschung hatten. Hier setzte der Staat seine Forschungspräferenzen, die die Forschungsgemeinschaft als Verein umzusetzen hatte. Diese Präferenzen konnte man unter den Gegebenheiten der 1920er Jahre noch damit legitimieren, dass sie dem Volkswohl zugute kamen, wie Fritz Haber den Mitgliedern des Reichstags gesagt hatte. Die Frage war nun freilich, was genau dieses Volkswohl sein sollte. Der liberale Zeitgeist hatte darunter seit dem 19. Jahrhundert den steten technischen Fortschritt und den damit einhergehenden Wohlstand verstanden. Der Zeitgeist, der ab 1933 zu wehen begann, verstand darunter eher das Gedeihen einer Volksgemeinschaft, die sich um das Ahnenerbe zu kümmern hatte und auf der Suche nach Lebensraum war. Die Umstellung der Forschungspolitik auf diesen neuen Geist war leicht zu erreichen. Man musste nur den bisherigen Führer der Forschungsgemeinschaft und deutschen Forschungspapst Schmidt Ott durch einen mit den nationalsozialistischen Ideen kompatibleren Führer ersetzen, nämlich durch den Nobelpreisträger und Nationalsozialisten Johannes Stark. Damit war die deutsche Wissenschaftspolitik dem nationalsozialistischen Staat untertan geworden. Mit dem Führerprinzip war in der Forschungsgemeinschaft auch die nationalsozialistische Ideologie durchgesetzt. Blieb nur noch, auch die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft aufs Führerprinzip umzustellen, was 1937 geschah. Die weiteren Wege und Abwege der deutschen Forschungspolitik im Dritten Reich können wir uns hier sparen. Sie bringen strukturell nichts Neues, sondern bleiben auf den gewohnten Pfaden, bis das unrühmliche Kriegsende auch ein Ende der bisherigen Forschungspolitik mit sich brachte. Mit der von den Alliierten verfügten Auflösung Preußens im Jahre 1947 war auch das offizielle Ende der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gekommen, jedenfalls als Name. Fortgesetzt wurde der Verein ab 1948 unter dem neuen Namen Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., abgekürzt MPG, und fortgesetzt wurde die ehemalige Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung ab 1951 als Verein unter dem neuen Namen Deutsche Forschungsgemeinschaft, abgekürzt DFG. Mit anderen Worten, nach dem Krieg ging es weiter wie vor dem Krieg. Und das heißt erstens, Forschungspolitik wurde wie gehabt als Vereinspolitik betrieben und damit die konkrete Ausgestaltung der Forschungspolitik schon auf der Ebene der Mitteleinnahmen und Ausgaben der parlamentarischen Kontrolle entzogen. Zweitens blieb es dabei, dass die Vereinskonstruktion nach außen hin die Staatsferne der Forschungsförderung zum Ausdruck bringen sollte, dass aber die konkrete Projektförderung Industrie- und Techniklastik und eben auch Medizin- und Pharmalastik blieb. Denn in diese Bereiche fließen bis heute 80 Prozent der Fördermittel. Mit anderen Worten, Forschungsförderung ist nicht anders als im Kaiserreich hauptsächlich an verwertbarer Forschung interessiert und darf als ein indirektes Instrument der Wirtschaftspolitik betrachtet werden. Drittens aber machte man die Finanzierung der MPG und der DFG endgültig zu einer Sache des Staates, indem man beide Vereine in eine föderale Mischfinanzierung überführte, in die sich Bund und Länder nach einem bestimmten Schlüssel teilen. Nur vom Führerprinzip wollte man nach dem Krieg nichts mehr wissen. Es ist leicht, die Geschichte der Forschungsförderung in der Bundesrepublik als Erfolgsgeschichte zu schreiben, jedenfalls wenn man große Zahlen mit einem großen Erfolg identifiziert. Die Zahlen zeigen nämlich, dass der Expansionskurs der Wissenschaft, der im Kaiserreich begonnen hatte, unter den Bedingungen des deutschen Nachkriegs Wirtschaftswunders in erstaunlichem Tempo fortgesetzt wurde. Die Max-Planck-Gesellschaft, die 1948 mit 28 ehemaligen KWG-Instituten an den Start ging, expandierte auf heute 84 Forschungsinstitute und beschäftigt derzeit knapp 25.000 Mitarbeiter, von denen rund die Hälfte als Wissenschaftler arbeitet. Der deutsche Steuerzahler, der die MPG 1948 noch mit 7 Millionen D-Mark Finanzierte, muss heute für den Max-Planck-Verein etwas mehr als 2,1 Milliarden Euro pro Jahr aufbringen. Hinzu kommen jährlich knapp 3,9 Milliarden Euro für die deutsche Forschungsgemeinschaft, die damit etwa 32.000 Forschungsprojekte finanziert. Was damit erreicht werden soll, kann man im Jahresbericht der DFG auf das Jahr 2023 nachlesen. Es geht um, ich zitiere, die themenoffene Förderung von exzellenter Grundlagenforschung, damit die freie erkenntnisgeleitete Spitzenforschung Lösungswege für kommende Herausforderungen finden kann. Soweit der Bericht. Und wer es etwas konkreter haben will, der wird von Seiten der Max-Planck-Gesellschaft darauf hingewiesen, dass sich die von ihr geförderte Spitzenforschung in 31 Nobelpreisträgern niederschlägt, die aus den Instituten der Kaiser Wilhelm und dann der Max-Planck-Gesellschaft kamen und dass jedes Jahr die wissenschaftlichen Mitarbeiter der MPG 15.000 Fachaufsätze in international renommierten Fachzeitschriften veröffentlichen. Das alles, wie die Max-Planck-Gesellschaft sagt, im Dienste der Allgemeinheit. Das ist die glänzende Fassade der deutschen Spitzenforschung. Die Frage ist, wie es hinter dieser Fassade aussieht. Blicken wir dazu noch einmal auf die Zahlen. Den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes und den Veröffentlichungen der Forschungsförderer können wir entnehmen, dass der Steuerzahler in Deutschland pro Jahr knapp 45 Milliarden Euro für die Finanzierung des Wissenschaftssystems aufbringen muss. Davon entfallen rund 36 Milliarden Euro oder 80 Prozent auf die Finanzierung der Hochschulen. Mit diesen Milliarden wird nun freilich weniger die produktive Seite des Wissenschaftssystems finanziert, also die Forschung, sondern eher der institutionelle Apparat und das Personal. Die Gebäude, der Strom und die Heizung, die Hausmeister, die Sekretärinnen, die Verwaltungsangestellten, die studentischen Hilfskräfte, die Assistenten und die Professoren, ohne die der Wissenschaftsbetrieb nicht laufen würde. Die rund 20 Prozent der Steuermittel, die für die produktive Seite der Wissenschaft bereitstehen, das sind 8,5 Milliarden Euro, verteilen sich auf die bereits erwähnten 3,9 Milliarden für die DFG, die 2,1 Milliarden für die MPG und weitere 2,5 Milliarden, die Industrie und Stiftungen wie die Volkswagen Stiftung zur Forschungsfinanzierung beisteuern. Mit anderen Worten, von den 8,5 Milliarden Euro, die in Deutschland zur Finanzierung der eigentlichen produktiven Forschung bereitstehen, bringt der Staat 70 Prozent, nämlich 6 Milliarden auf. Machen wir uns nun bewusst, dass immer dann, wenn in den Universitäten sogenannte Drittmittel eingeworben werden, diese Mittel in der Hauptsache gar nicht von Dritter, nämlich nichtstaatlicher Seite kommen, sondern vom Staat. Denn hinter dem Wort Drittmittel verbergen sich eben jene 8,5 Milliarden Euro, die in Deutschland für die Finanzierung der produktiven Forschung aufgebracht werden. Aber diese 8,5 Milliarden kommen, wie wir sahen, zu 70 Prozent vom Staat, der diese Gelder über die Max-Planck- Gesellschaft und die DFG verteilt. Drittmittelfinanzierung ist also keine staatsferne Finanzierung von Forschung, sondern ist staatsdominierte Forschungsfinanzierung, bei der ein interessenfreier Wettbewerb um die ungewöhnlichsten Ideen und schrägsten Köpfe lediglich simuliert wird. In Wahrheit macht auf dem Gebiet der Wissenschaftsfinanzierung der Staat alles mit sich selbst aus. Die Universitäten, die MPG und die DFG hängen alle am Tropf des Staates und über diesen Tropf lenkt der Staat nicht nur sein Geld in das Wissenschaftssystem, sondern auch seinen politischen Willen. Man merkt das spätestens dann, wenn man sich anschaut, was die MPG und die DFG forschungspolitisch derzeit umsetzen wollen. Man finde dann, dass die beiden Forschungsvereine ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die menschengemachte Erderwärmung eine Tatsache ist, weshalb die DFG sogar Nachhaltigkeitsaspekte im Forschungsprozess berücksichtigen will. Und die MPG möchte bis 2035 gar klimaneutral werden. Um mit der Klimaneutralität voranzukommen, lässt die MPG das angeblich drohende Versinken der Malediven oder des Inselstaates Tuvalu im Meer beforschen, ebenso den Klima-Exodus im Orient und die dafür als nötig erachteten legalen Migrationsmöglichkeiten. Außerdem will man dem Ökozid forschend entgegentreten, Europa vor dem Hitzestress bewahren und natürlich die Wurzeln des Anthropozäns freilegen. Was reichlich kurios ist, denn in all ihren Statements weiß die MPG ja längst, wo die Wurzeln der Anthropozänen Welterwärmung zu finden sind, im Menschen und seinen planetaren Umtrieben. Zu erforschen sollte da folglich nichts mehr sein. Ein Schelm jedenfalls, wer denken würde, dass diese Forschungsaktivitäten etwas mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und dem Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit zu tun haben könnten, die die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag notiert hat. Solche Parallelaktionen zwischen Politik und Wissenschaft sind auch auf den weiten Feldern der Diversität und der Migration zu entdecken. Die DFG ist bereit, sogar die Diversität des Weltalls erforschen zu lassen und dass sie sich darüber freut, dass Migranten zur Heterogenität der Gesellschaft beitragen, darf niemanden wundern. Denn schließlich steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampel, dass Deutschland eine Migrationspolitik brauche, die einem modernen Einwanderungsland gerecht werde. Und wenn sich jemand dabei unwohl oder gar bedroht fühlen sollte, der möge sich vom DFG-Jahresbericht sagen lassen, dass es sich dabei lediglich um eine Stereotyp-Bedrohung handelt. Daher lässt die DFG nun auch den Umgang mit Ambivalenzen erforschen. Ganz ohne Ambivalenzen kommt man hingegen aus, wenn es um die Ukraine geht. Die soll nämlich, wie die DFG uns mitteilt, an den europäischen Forschungsraum angebunden werden und mit dem Südkaukasus und Zentralasien will man vermehrt wissenschaftliche Partnerschaften eingehen. Das stand so nun zwar noch nicht im Koalitionsvertrag, aber es liegt doch immerhin auf der Linie der vom Kanzler verkündeten Zeitenwende und auf der Linie der geopolitischen Präferenzen, die man seither hegt. Selbstverständlich hat die DFG die wissenschaftlichen Kooperationen mit Russland seit dieser Zeitenwende eingefroren, denn in Russland hätten sich seit Putin, wie man im DFG-Jahresbericht liest, die Feindbilder eh nur verschärft. Beim Durchblättern der Jahresberichte und der Durchsicht der Websites der beiden Forschungsförderer ist man beinahe schon froh darüber, dass dort die Corona-Maßnahmen-Pandemie nicht mehr prominent firmiert und nur noch als Störung der eingefahrenen Forschungsroutinen erwähnt wird. Die in der Maßnahmenzeit begonnenen Covid-19 Forschungsprojekte laufen natürlich noch, aber mit ihnen wird es gehen wie mit dem Genderstern, der den Jahresbericht der DFG auf das Jahr 2023 verunziert. Das wächst sich aus, genauso wie das Design der Instrumente mit dem in den Instituten der MPG ein einheitlich hohes Niveau der Gleichstellungsarbeit, vulgo also der Frauenförderung, garantiert werden soll, wie es auf der Webseite der MPG heißt. Es wächst sich aus genau dann, wenn die Politik es ausgewachsen haben will. Wir schauen von hier aus zurück auf die Politik der Forschungsförderung in Deutschland und ihre allmähliche Transformation zum Wissenschaftskartell. Die hohe, nämlich produktive Zeit dieses Kartells reicht von den 1890er bis in die 1920er Jahre, in denen nun zwar der Aufbau eines internationalen Wissenschaftskartells nicht umgesetzt werden konnte, dafür aber der Aufbau eines nationalen Kartells gelang. Dieses nationale Kartell wurde zunächst über die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gesteuert und nach dem Ersten Weltkrieg durch die Doppelkonstruktion von Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Notgemeinschaft in welcher Doppelkonstruktion aber als bald die Notgemeinschaft die führende Rolle hatte. So ist es bis heute geblieben, nur eben unter neuen Namen. Die Max-Planck-Gesellschaft trat die Nachfolge der KWG an. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft trat an die Stelle der Notgemeinschaft und ihrer Nachfolge Organisation Forschungsgemeinschaft. Seit den 1920er Jahren aber, seit denen das Wissenschaftskartell beinahe vollständig vom Staat finanziert wird, ist es vorbei mit der von Adolf von Harnack bei der Gründung der KWG intendierten Unabhängigkeit von Industrie, Kapital und Staat. Die von Harnack damals als bedrohlich wahrgenommene Abhängigkeit der Wissenschaft von Clique und Kapital wurde zur Realität. Freilich mit einer für Deutschland bedeutsamen und typischen Verschiebung. Das preußische Erbe des starken Staates brachte in der Bundesrepublik eine beinahe Vollfinanzierung und damit eine beinahe Vollabhängigkeit der Wissenschaft vom Staat mit sich. Nur dass eben der demokratisch gewendete Staat nicht mehr den langen Atem des Kaiserreichs hat, sondern die Forschungspolitik zunehmend den kurzen Vier-Jahres-Rhythmen der Wahlperioden und den in dieser Zeit geltenden Koalitionsverträgen unterworfen wird. Die Forschungspolitik wird kurzatmig und gehorcht einem politischen Willen, der von ihr nur noch bestätigt wissen will, was er bereits zu wissen glaubt. Die kartellierte Wissenschaft wird dabei zu einem monologischen System der Mitteilung vermeintlich wissenschaftlicher Resultate, die von Forschungsbischöfen, Kardinälen und Päpsten von den Kanzeln der Medien verkündet werden. Vorbei ist es mit dem tragenden Prinzip, das Humboldt einst in die Wissenschaft eingebaut haben wollte, dass man Wissenschaft als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem zu behandeln habe, als etwas noch nicht ganz gefundenes und nie ganz aufzufindendes, zu welchem Zweck die Wissenschaftler in Einsamkeit und Freiheit agieren können sollten. Das Wissenschaftskartell ersetzt Einsamkeit und Freiheit durch Teamarbeit und das nie ganz aufzufindende durch einen Forschungskorridor, dessen Richtung und Ausgang der Staat weist. Nach etwas mehr als 100 Jahren Wissenschaftskartell in Deutschland müssen wir also feststellen, dass das einst in Preußen erfundene meritokratische Wissenschaftssystem, das strikt auf eine persönlichkeitsorientierte Forschungsförderung setzte, abgelöst wurde von einer zunehmend staatshörigen und damit gesinnungsorientierten Forschungsförderung. Diese betrachtet das Wissenschaftssystem als einen Großbetrieb, in dem der Staat die Management-Vorgaben macht, die von den Forschungsinstituten als seinen Abteilungen umzusetzen sind. Wer sich in diesem System als zu widerständig entpuppt und zu eigensinnig forscht, der muss damit rechnen, dass die kleinen Fallstricke des Hochschul- und Beamtenrechts eine ausreichende Handhabe bieten, ihn aus dem Kartell zu entfernen. Die innere Logik, mit der dieses System der großbetrieblichen und kartellierten Wissenschaft abschnurrt, hat ganz an ihrem Anfang kein Geringerer als Friedrich Nietzsche erkannt und öffentlich gemacht. Im Jahre 1874 schrieb er in seiner zweiten unzeitgemäßen Betrachtung, dass das System der fabrikmäßigen Wissenschaftsorganisation die Wissenschaften nicht hoch, sondern herunterbringe. Nietzsche war nämlich aufgefallen, dass man in den Wissenschaften begonnen hatte, den Jargon der Sklavenhalter und Arbeitgeber zu sprechen und dass man Wissenschaft als eine nutzbare Arbeit betrachtete, zu deren Produktion man Arbeitsverträge mit jungen Menschen abschloss, die man als Kerner missbrauchte. Dabei, so Nietzsche, werde das Genie als überflüssig dekretiert. Und was von außen gesehen immer nützlicher aussähe und einen immer höheren Wissenschaftsbau ergebe, sei nichts weiter als eine zusammengekarrte Wissenschaft, die aufs Popularisieren schiele, um sich dem gemischten Publikum anzudienen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. In unserer Reihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hörten Sie heute einen Essay von Uwe Jochum zum Thema Wissenschaft im Kartell.